Sie will alles ein für alle Mal klären. Peter Klein und Yvonne Wölke sollen, während beide als Dschungelcamp-Begleitung im Hotel Versace Cartier genommen haben, eine Affäre miteinander gehabt haben. Das Fremd-G-Drama um Iris Kleins Ehemann spitzte sich weiter zu, als Augenzeugen Peter und die Schauspielerin angeblich beim Knutschen sahen. Beide bestritten die Gerüchte, jetzt sucht Yvonne das Gespräch mit Iris. Liebe Iris, also ich weiß nicht, ob das inszeniert oder ob das wirklich eine krankhafte Eifersucht ist, aber ich würde mir wünschen, dass wir beide uns zusammensetzen, verriet die 41-Jährige im Interview bei RTL-Exklusiv-Weekend. Die Aussprache könne für die Pastewka-Darstellerin gerne in der Öffentlichkeit und gemeinsam mit Iris Angetrauten stattfinden. Ob Yvonne mit diesem Friedensangebot den Shitstorm aus der Welt schaffen möchte, der ihr seit Tagen im Netz folgt, ist unklar. Auf ihrem letzten Post auf Instagram, die sie mit einem Koala zeigte, gingen User mehr auf das Affären-Geht als auf die Aufnahme ein. Provokante Kommentare waren unter anderem oh, gibt es wohl keine Streicheleinheiten von Peter mehr, so ein Pech. Oder hat Peter das Foto gemacht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017